Oh, wir haben den 1-1-1-Test vergessen. Ah, stimmt. Hat nicht geklappt. Und es ist die Nurse. Oh, hier ist direkt ein Generator. Oh, ein Haken. Ah. Ja, sie ist bei der großen Dings. Mhm. Der Generator wurde dreimal hochgejagt. Oh, okay. Ne, wenn du dann aufstehst und genau dann, in dem Moment, das ist voll kacke. Mhm. Passiert leider viel zu oft. Hallo? Deines gemeines Popo. Den Haken kaputt mache. Little Snow White. Ach, ist eine Katze? Ja. Aber nicht. Gehen kurz. Okay, dann bist du näher dran an der als ich. Brauche ich aber, jetzt würde ich weggehen, weil ich es laut gemacht habe. Die Katze geht aber nicht an. Ah, sie ist ignoriert. Lass dir mal. Ja. Na? Was geht? Oh, immer dasselbe. Finger in Dreck stecken. Irgendwas anmachen. Irgendwie eine Pizza, Junge. Das ist der Nebentag, ne? Ja. Das bringt nicht viel. Pizza ausliefern, das bringt überhaupt nichts. Generatoren reparieren, das bringt was. Ah, jetzt kommt sie. Ah, jetzt kommt sie. Danke fürs Ablenken, wer rüber das war. Ja. Kann man nicht direkt in meine Richtung? Bin ich noch im Haken. Hast du aber das Schneebildchen nicht gekriegt? Nein, das ist nur weit, nein. Das könnte die Dings sein, dass sie halt auch schneller croucht und so. Stimmt, eine war ja näher, ne? Hast du schon die Add-Ons gesehen? Das DLC? Mit den Klamotten? Nee. Schau es dir mal an, das ist gut. Jake kriegt so eine Jacke mit so einem Drachen hinten drauf. Und Dwight gibt's so einen 80er-Jahre-Pulli? Oh Gott. Die eine hat ne, ne? Oh Gott, sie ist an mir vorbei, oh sweet. Und? Verfolgt sie jemanden? Nein, glaube ich nicht. Ich habe gerade den Asse-Hinkie-Mann auf. Scheiße. Jetzt habe ich null mitbekommen. Ich habe aber nicht gesehen, dass sie liegt. Scheiße. Weil hier im Feld ist nämlich noch ein Generator neben dem Haus. Ja. Da, wo ich gerade den Haken mache. Ich gucke mal zu Schneewittchen. Aber die Nurse hängt da, glaube ich, rum. Ich höre den Herzschlag, aber ich sehe die blöde Nurse nicht. Dann steht sie wahrscheinlich in so einem Winkel. Da mache ich den Lies. Die Nurse guckt zu mir. Wo stehst du denn? Ähm, in der Nähe vom Schweine-Dingsbumsbaum. Achso. Ich bin da jetzt wieder weg. Ich habe hier noch einen Generator, den ich gerne machen würde. Was macht die Dings? Was macht die... Ich sehe die Clonette. Ich habe keine Ahnung. Das ist gerade an mir vorbeigelatscht gekommen, aber... Dann... Nein! Dann recht in der Nähe, oder bist du da weit weg? Ich bin relativ nah. Okay. G'si, komm zu mir. Ah, Motherfucker. Ah! Fuck, sie hat mich. Greiße, Leute. Mach mal mal auf. Ich renne zu dem Tor in der Nähe vom Generator. Welchen Generator? Der gerade angegangen ist. Der letzte. Ich hoffe, hier ist der Keller nicht. Oh, hier ist direkt ein Haken. Full Shit. Direkt vor dem Tor ist hier ein Haken. Ich stelle sie da genau hin. Oh, Bitch. Ich stelle sie genau hin und gucke vor mich. Ich hasse es nicht. Darf ich die nachher Camper nennen? Ja, darfst du. Sowas kann man leider nicht wie proben, ne? Ne. Guck mal, wo die steht. Wo ist sie denn? Ja. Kann ich sie blenden? Theoretisch ja. Ja, du hast sie geblendet. Oh, fuck. Oh, sie hat dich wieder. Warst du schon am... Dingsbums? Nein. Hier, hier, Space-Taste? Ja, gerade so, ja. Sie muss erst drüber steigen. Ich kriege dich auch nicht geheilt bis dahin. Ne. Was machst du denn? Geht jetzt wieder zurück? Ne. Ich recover mal. Jetzt hat sie mich. Ah, sie muss eh nochmal rumlaufen, ne? Sie hat nämlich... Ist hier ein Haken, Nanny? Sehe ich keinen. Ne, ich sehe auch keinen. Sie muss den ganzen Weg zurück. Wenn ich sie blende, lässt sie nicht fallen? Ja. Dann lässt sie einen fallen. Das hätte ich mal gerade wissen sollen. Oh, fuck. Ich hab's fast. Na, jetzt egal. Geh lieber raus. Ja, jetzt geh ich raus. Ach ja, machst du all die Arbeit? All die Arbeit. Schade. Oh. Oh, ich hab nicht mal die Dings-Punkte, die... Ja, ähm, Leute retten, wenn der Killer da ist. Da bin ich nicht gut drin. Da hab ich keine Übung. Ja, aber es ist ein Camper. Ah, toll. Da geht sie dann sofort, ne? Falls ich... Happy Grand... Grand Elf. Ja, guck mal. Hm. Hm.